Leute, wir sind schon bei Ausgabe 20 von Kurzgefragt, Kurzgeantwortet hier auf diesem Kanal. Folge 20 bedeutet ja im Umkehrschluss, die ersten Folgen hatten etwas über 10 Fragen, teils 15 Fragen. Jetzt haben sie 10 Fragen, das heißt, das sind ja schon über 200 Fragen, die wir hier gemeinsam durchgekaut haben. Ich finde das echt immens. Im Übrigen findet ihr alle Themen immer in der Infobox hier unter dem Video einfach mal aufklappen. Dann findet ihr hier ein Inhaltsverzeichnis, wo alle Fragen aufgelistet sind mit einem Zeitstempel. Auf diesen Zeitstempel könnt ihr klicken und wenn ihr da drauf geklickt habt, springt ihr zu der Frage und könnt euch sie explizit anhören, wenn euch hiervon nicht alles interessiert. Wenn ihr euch für die kleine Pidipus Spezies Tiny Venoms interessiert, Tiny heißt sie, dann klickt auch mal in die Infobox oder hier oben in diesen Link. Und dann werdet ihr dazu einiges erfahren und könnt euch auch vielleicht diese kleine Spinne virtuell aufs Handy oder auf euren Rechner holen. Ich würde sagen, genug gequatscht, wir kommen zur ersten Frage. Fischgeid schreibt, hey ho, wäre es eine Idee, die Schlangen, wenn man sie sowieso im Kühlschrank überwintern müsste, dies im Sommer zu tun? Das Terrarium ist sowieso ein geschlossenes System und nicht den Schwankungen der Natur ausgesetzt. Zusätzlich wäre eine potenzielle Urlaubsvertretung einfacher zu finden. Statt ein gefährliches Raubtier füttern zu müssen, müsste die Vertretung nur den Kühlschrank lüften. Was ist deine Meinung dazu? Ich habe eine Meinung dazu und ich sage dir, ich halte davon überhaupt nichts, weil du sagst, das Terrarium ist sowieso nicht der Natur ausgesetzt. Nein, das ist es auch nicht und doch ist es doch irgendwie, denn zum Beispiel haben wir im Falle im Winter sind die Räumlichkeiten ja anders klimatisiert als auch im Sommer. Und die Schlange hat ja einen natürlichen Rhythmus möchte. Also es gibt viele Gründe, die dagegen sprechen. Bleiben wir mal bei diesem Klima. Das Klima ist ja nicht nur die Temperatur und etwaige, was weiß ich, Luftfeuchtigkeiten und Tag und Nachtrhythmus. Also der gehört jetzt nicht zum Klima, aber so zum Dasein, zum Daily Business, haben wir noch sowas wie einen Luftdruck zum Beispiel. Und im Winter sind das ja ganz andere klimatische Bedingungen als zum Beispiel im Sommer. Im Sommer wollen wir uns eher vor Wärme schützen. Da hast du recht, da kann ich die Schlange in den Kühlschrank packen. Aber was ist denn, wenn man zum Beispiel die Verpaarung einläuten möchte mit einem anderen Tier? Das müsste ja ungefähr den gleichen Rhythmus haben. Schwamm drüber die einzelnen Arten von Schlangen, die eine Winterruhe bedarften. Und die Winterruhe ist ein signifikanter Anteil an der artgerechten Haltung von jeder Schlange. Es gibt da draußen Menschen, die behaupten nach wie vor, wenn du nicht züchten willst, brauchst du keine Winterruhe. Das ist echt schwierig, weil eine Winterruhe machen heißt ja nicht nur, dass man die Schlangen irgendwie runterfährt und irgendwie den Rhythmus mitgeht, wie er im Habitat ist, sondern da passiert ja auch hormonell etwas. Wenn die Tiere denn wieder im Frühling hochkommen, dann ist halt der Frühling. Deswegen nein, 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 nein. Es gibt Leute da draußen, da habe ich mich schon ein bisschen drüber auch lustig gemacht. Einerseits wird dann Blitz, Donner und Regensimulation aus dem Habitat übernommen. Aber wenn jemand nach einer Hibernation, also der Winterruhe fragt, dann sagt man, nee, wenn du nicht züchten willst, brauchst du das nicht. Völliger Schwachsinn. Völliger Schwachsinn. Aus meiner Sicht gehört eine Winterruhe zur artgerechten Haltung. Punkt, aus und Ende. Und diese Winterruhe, die macht man dann, wenn es für die Art auch üblich ist. Das variiert manchmal. Manchmal schickt man manche Arten. Im Januar fängt man an und fährt langsam runter, gibt sie dann bis Ende März weg. Manche machen das selbstständig, wie meine vier Streifen nattern. Elafe Quattro Lineata. Die läuten das Ende September alleine ein. Wie? Sie nehmen kein Futter mehr an. Das sind absolute Fressmaschinen. Mitte, Ende September kriegt man kein Futter mehr in die Reihen. Nichts, gar nichts. Und dann werden die langsam runtergefahren. Bis Oktober. Oder auch Ende Oktober. Und dann gehen die weg. Und dann kommen die im Februar, März wieder hoch. Und dann ist gut. Hibernation, die Winterruhe ist wichtig. Gibt sogar ein Video drüber. Einfach mal rein zappen zur Winterruhe bei Schlangen. Da du allerdings, weiß ich, du hast es geschrieben, ich kann es nicht sehen, aber du hast gesagt, du hast jedes Video hier auf dem Kanal gesehen, dann sicherlich auch dieses. Nochmal Fischguide. Einfach kein Licht sitzt in der Dunkelheit. Die Tiere glauben, es ist Winter. So funktioniert das nicht. Weil das passiert wirklich. Wenn man Tiere in die Winterruhe gibt, mir ist das auch schon passiert, dass es dann im Keller nicht so kalt war, wie ich mir vorgenommen habe oder mich auch auf den Kalender verlassen habe. Die Tiere holt man wieder hoch oder kontrolliert sie zwischendurch. Und die werden immer dünner. Warum? Der Stoffwechsel fährt nicht runter. Das heißt, es ist nicht nur, wir machen das Licht aus und sagen, es ist jetzt Winter, ihr glaubt, es ist jetzt Winter, wie beim Huhn, wo man einfach das Licht ausmacht, macht es wieder an und wieder aus und wieder an und plötzlich legt es nicht ein Ei am Tag, sondern zwei, nämlich zwölf Stunden versetzt. Nein, 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 sondern hier passiert richtig was. Der Stoffwechsel in der Schlange fährt ja auch herunter. Tiere, die in die Winterruhe gegangen sind und wieder hochkommen, haben meistens nie signifikant an Gewicht verloren. Tiere sind aber auch schon spacke Dürr aus der Winterruhe wieder aus dem Keller geholt worden, nicht nur bei mir, auch bei anderen, wo die Winterruhe gar nicht richtig, ich sag mal, eingeschlagen ist, weil die Tiere plötzlich zu warm waren oder zwischendurch waren sie zu warm. Der Stoffwechsel ist wieder angesprungen und die Tiere haben Fettreserven verbraucht. Auf einmal kommen die Tiere dreieckig hoch. Also wenn Winterruhe dann tatsächlich mit allen Parametern, die dazugehören und nicht einfach nur Licht aus, das bringt überhaupt nichts. Frank schreibt, hallo Dennis, hast du eine Idee für ein Terrarium für Ideotele Mira, wo ich eine Bodenhöhe von 15 bis 20 Zentimeter erreichen kann? Irgendwie gibt es scheinbar kein Terrarium, das so eine hohe Kante hat. Danke vorab, Hashtag Team Tiny Wernerms. Frank, ich weiß, was du meinst, viele der Terrarien haben wirklich keinen hohen Steg, ja, meine haben jetzt auch nicht so einen hohen Steg, aber schon ausreichend. In deinem Fall, wenn du wirklich 20 Zentimeter plus Substrat deinem Tier bieten möchtest, ist das erstmal sehr löblich. Darüber hinaus möchte ich dir dann einen sogenannten Haplotank empfehlen. Haplotank, ich blende das mal hier ein, dann weißt du, wie man es schreibt, falls man es nicht richtig versteht oder du es noch nicht gehört hast. Das ist quasi ein Terrarium, könnte man jetzt sagen, was auf den Rücken gedreht wurde. Also früher hat man dann die Terrarien zweckentfremdet, hat sie auf den Rücken gedreht. Das heißt, man hat dann die Länge des Terrariums genommen. Wenn das länger, also nicht nur der Würfel war, ja, oder auch der Würfel, der reicht ja auch aus, weil dann haben wir den Steg bis oben hin. Und dann ziehst du die Scheibe oben auf, muss man ein bisschen sichern. Es gibt spezielle Terrarien dafür, die das technisch so gut mitgeben, dass du das Terrarium auch sichern kannst gegen Ausbruch der Spinne. Und da hast du unendlich Möglichkeit, tatsächlich Substrat einzufüllen. Eine zweite Variante wäre, dass du dir eine Box, ja, wenn das eine Option ist, eine schöne Box besorgst, da Löcher einbringst. Entweder mit einem Dremel oder mit einem Lötkolben oder mit einem Bohrer, was ja auch einem Dremel entspricht. Aber beim Dremel meinte ich jetzt eigentlich Fräsen. Dann kannst du dir deine Belüftung auch so bauen. Und vielleicht ist das eine Option. Also da kannst du nämlich ja dann ganz individuell, wie du das möchtest. Und es gibt ja auch schöne Boxen, hochwertige Boxen. Die sind zwar sehr teuer, aber am Ende hast du dann auch was Ansehnliches. Ansonsten kannst du natürlich auch hier so wie die Actionboxen nehmen. Gibt es auch ein Video hier auf dem Kanal, wo ich die so ein bisschen publik gemacht habe, beworben habe, weil ich davon überzeugt bin. Da gibt es auch höhere Modelle. Da könntest du jetzt auch hergehen und könnt sagen, boah, ich nutze jetzt einfach mal gut 80, 85 Prozent der Insgesamthöhe. Dann bist du auch bei über 20 Zentimetern. Und kannst dann noch Substrat einfüllen und kannst auch hier die Belüftung so individuell anbringen, wie du es möchtest. Oder wenn du das Tier dann auch mal richtig gießen möchtest, kannst du ja unten auch einen Tropfen reinmachen. Ein Lochbohr im Tropfen reinmachen, dass dich einerseits die Feuchtigkeit unten im Boden hält. Oder du sie auch ablässt, indem du dann, wenn du zum Beispiel Regen simulierst oder so. Das macht man ja auch gerne mit so kleinen Tieren, die wirklich tief graben. Kannst du dir aussuchen. Das sind zwei Möglichkeiten. Haplotank oder schöne Box, die dir gefällt. Und entsprechend so denn custommäßig so herrichten, wie du das möchtest. Und für dein Tier den Bedarf hast. Zickler 97. Hashtag Team Tiny Venoms. Wo bekommt man das Regal mit den 20er Würfeln hinter dir? Außerdem würde mich interessieren, welche Beleuchtung du für dieses Regal benutzt. Das Regal hinter mir ist ein klassisches Regal aus dem Schwedenhaus von Ikea. Und die Beleuchtung dahinter, da habe ich auch mal ein Video zu gemacht. Sepp, hier einfach mal rein. Verlinke ich dir hier. Kannst du mal reinschauen. Da findest du die Beleuchtung. Ansonsten Tipp für dieses Regal. Es hat ein, das ist zwar in dem Sinne quadratisch, gleich lang mit den allen Seiten. Aber es hat eine Oberseite und Unterseite. Das macht sehr wohl einen Unterschied, ob diese schweren Terrarien denn tatsächlich auf einer Wand stehen. Oder auf vier dünnen Dübeln am Ende. Von daher Augen auf beim Aufbau. Viel Spaß und Erfolg dann mit diesen Mitteln von Ikea. Bauma einen schrieb. Hallöchen, mal wieder ein tolles Video von dir für uns. So, jetzt habe ich da auch mal eine Frage. Und zwar habe ich mir vor Jahren bei einem Züchter eine Vogelschwinne gekauft, der seine eigene Schabenzucht betreibt. Kurz nach dem Kauf hat er mich angeschrieben, weil einige Gattungen bei ihm ständig mit dem Wegbrechen der Schelizeren zu kämpfen haben. Er hält seine Schaben in einer Kiste und sie haben Eipappen zum Verstecken und bekommen auch nur diese dann quasi als Futter. Ich hingegen halte meine Schaben in einen Terrar auf Erde und sie bekommen bei mir Vitamine in Form von Obst und Gemüse und Protein in Form von Nassfutter für Katzen. Kann es sein, dass das Wegbrechen der Schelizeren etwas mit der Mangelernährung der Futtertiere und damit dann auch der Spinnen zu tun hat? Oder ist das eher Zufall, der mit einhergeht? Liebe Grüße, mach weiter so. Erstmal vorweg, sehr witziger Name, den du hier hast. Zum Thema, also dass jemand eine Schabenzucht betreibt oder Schaben auch für sich als Futter hält und da überhaupt nichts rein investiert in Form einer Möhre, einem Apfel, einer Gurke oder so. Ist absurd. Ja, also das finde ich wirklich absurd. Meine ich ernst. Das ist doch das Aushängeschild. Ich habe mal ein Video gemacht zu Schlangen. Ja, also Leute haben Schlangen zu Hause für tausende von Euro und wenn die Maus einen Euro kostet, dann machen sie große Augen. Ja, sind es nicht wert, denn irgendwie zwei, drei Euro Futter im Monat für ihr Tier aufzubringen? Das erkenne ich hier auch gerade wieder. Also ich kann dir eins sagen. Du machst sehr, sehr viel richtig, indem du die Tiere tatsächlich so hältst. Ob jetzt Erde nötig ist oder nicht, will ich gar nicht bewerten. Mache ich nicht zum Beispiel. Manche machen das, kann man machen, muss man nicht. Aber die Zugabe von Futter und ich habe ja auch schon ein Video von Futterinsekten, auch von Waldschaben, findest du hier auf dem Kanal. Ja, also im Übrigen, jedes Video ist hier auf dem Kanal einmal in einer Playlist. Scrollst du oder ihr alle Playlisten durch nach Themen, die euch interessieren könnten, habt ihr nahezu alle Videos gesehen. Außerdem die Videos, die ihr gesehen habt, die haben da so einen roten Balken dran irgendwie, insofern ihr eingeloggt seid. Weil empfehle ich mal durchzuscrollen, Waldschaben, Futterinsekten, wie versorge ich die, was mache ich mit denen, was mache ich vor dem Futter, in den Shorts hier auf dem Kanal, ebenso. Wenn jemand mehrfach Spinnen hat, wo die Schilizerien wegbrechen, dann muss ich dem Ganzen auf Spurensuche gehen. Und du wirst es ja kennen, wenn du Schaben hast, ich habe das jetzt auch bei den Fauchschaben gesehen und auch den Waldschaben, und du hast die gut gefüttert, gut genährt, Obst, Gemüse, satt. Ich gebe ja immer nicht so viel, dass sie permanent das haben, sondern auch immer auffressen. Da kann man sich so ein bisschen gierige Fresse heranziehen. Dann sind besonders die Weibchen auch richtig schön rund und saftig. Es kommt dann mal vor, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber die Spinne knallt da rein mit ihren Schilizerien und in diese weiche, dicke, runde Schabe und dann spritzt das richtig daraus, dieser Körpersaft. Dieser Körpersaft ist ja dann auch erstmal Flüssigkeit für die Spinne, das ist dann nicht uninteressant. Und andererseits ist er halt auch, wie ich immer gerne sage, Fleisch am Knochen. Und daher ist es tatsächlich, wenn dieser Mensch seine Schaben nicht füttert, eine Möglichkeit, dass diese Tiere so knochig sind, dass die Spinne da mit ihren Schilizerien, kommt noch so ein bisschen auf die Größe an und so, nicht mit zurechtkommt. Der Vitamin-Mineral-Haushalt, da brauchen wir auch nicht drüber sprechen. Du bist, was du isst, ja, ist ja nun mal so, am Ende des Tages tust du ja nur was Gutes. Und das ist ja nicht nur bei den Spinnen so, das ist ja bei Hund, Katze, Maus auch so. Beim Menschen ist das so, du bist, was du isst, ja, und deswegen müssen Futterinsekten, Futter-Nager gut gepflegt werden. Die brauchen einen guten Umgang und diese gute Pflege und der gute Umgang mit den Tieren. Mit gutem Umgang meine ich nicht nur, dass man sie gut füttert und konditioniert als Futter, sondern auch ebenso als Tiere respektiert und auch handhabt. Das zahlt sich am Ende für deine Spinnen aus. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ohne wissenschaftliche Belege und Studien und so. Und ihr wisst, das hier ist ein Spaßkanal mit wichtigen Themen zur Terroristik, Erfahrungen hin und her. Ich bin kein studierter Biologe, werde auch keiner mehr und kein Professor und habe hier immer alles im FF und kann alles belegen. Du bist, was du isst. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und wenn, ich hoffe, diese abgebrochenen Schilizären, also wenn das oft vorkommt, also mir ist das noch nie passiert, auf Holzklopf, dann würde ich dem mal nachstellen. Und schöne Grüße, so eine Gurke sollte auf jeden Fall drin sein. Also da sollte man jetzt nicht dran sparen. Es sind ja im Endeffekt auch nur Küchenabfälle, mache ich auch so. Wenn ich meinen Jungs irgendwie morgens Gurke schneide und Mörn für die Schule und da bleibt was über, dann geht das zu den Schaben. Also es ist nie so, dass ich eigentlich losgehe und das kaufe. Also von daher, nochmal, du bist, was du isst. Fischguide, nochmal, Team Tiny Venoms. Mich würde interessieren, ob sich dein Blick auf die Spinne, die du als einziger behalten dürftest, geändert hat. In Bezug auf die Tiere, denen du Namen gegeben hast, beziehungsweise eine Bindung aufgebaut hast. Auch unabhängig der Art. Ja, das hatten wir ja in der Ausgabe 18, hatten wir eine ähnliche Frage. Wenn ich mich jetzt für eine entscheiden müsste, du spielst jetzt hier noch mit rein, dass sie Namen bekommen haben. Bei mir haben die Tiere im Grunde genommen keine Namen. Sie haben durch euch Namen bekommen. Du spielst jetzt auf Goli und Disky an und auf Enigma. Nee, mir ist nämlich aufgefallen, dass zum Beispiel meine Lasodora Parahubana, die hat eigentlich keinen Namen bekommen, hat aber auch einen Namen. Sie ist die dicke Bertha. Aber, ähm, das ist auch die Spinne, die hier im Haushalt am meisten interessiert, weil sie halt so einen starken Charakter hat. Ja, Papa, fütterst du die dicke Bertha? Oder das nächste Mal, wenn du die dicke Bertha fütterst, ähm, dann sag mal Bescheid. Ähm, dann möchte ich dabei sein. Sie hat von mir diesen Namen nicht bekommen. Ich hatte damals eine Schlange, ein Tigerpüternweibchen, die hieß auch dicke Bertha. Und das hat sich so ergeben. Mein Blick, welche Spinne, nee, das wird nicht durch die Namen, das wird nicht durch die Namen geschürt. Eine Bindung habe ich natürlich zu manchen Spinnen mehr als andere, zum Beispiel wenn Tiere krank sind oder Disky auch. Zu Disky, es gibt keine Spinne, wo ich so nah und intensiv dran bin wie an Disky. Ähm, es ist aber nicht im Vordergrund, weil sie jetzt einen Namen hat und Disky heißt, sondern ich habe ihr den Namen Disky gegeben, weil sie auch einfach, damit ich nicht immer sagen muss, das ist die Spinne mit dem diskenetischen Syndrom. Sondern viele, die diesen Kanal hier kennen, die mich kennen, die, äh, dieses Tier und die Geschichte dahinter kennen, die wissen, das ist Disky. Und dann kann ich einfach immer kurz Disky sagen. Den Bezug zu ihr habe ich durch die, durch das, äh, durch die Krankheit, durch das diskenetische Syndrom. Und, äh, ja, ansonsten habe ich natürlich auch noch andere, äh, Tiere, wo ich auch einen starken Bezug zu habe, die aber gar keinen Namen haben. Zum Beispiel meine Afronopelma Simani, die größte und älteste. Hat gar keinen Namen. Also ich bin da auch gar nicht so kreativ, finde das immer so krass. Anna, wenn du das siehst, Anna, Anna hat immer so super krasse Namen, ist so super kreativ, ne. Mir fehlt da einfach der Skill, ne. Ich bin da nicht so kreativ, bin auch bei den Terrain-Einrichtungen nicht so kreativ. Da ist irgendwie, hat es gefehlt, ne. Also als das verteilt wurde, habe ich nicht gerade hier geschrien. Und das, äh, ja, deswegen. Also eine Bindung zu manchen Tieren durch die Geschichte dahinter ist etwas größer als zu anderen Tieren. Äh, im Grunde genommen sind alle von der Pflege, Aufwand und Fürsorgepflicht gleichgestellt. Daniel schreibt, huhu, zum Thema, keine Baumewohner ist dann deine Liste auf der Website nicht aktuell, weil dort stehen ja noch einige Zalmopeus-Spezies im Plural drauf. Ja, du hast recht, an die Homepage muss ich unbedingt mal dran, weil ich wollte ja in dieser, ich habe da ja mal angefangen, das ist super zeitaufwendig. Also auf der Homepage www.tidymenoms.com, so, ähm, habe ich die Arten, wo ich sie einst gepflegt habe oder sie aktuell auch pflege, ähm, so ein Register anhäufen wollen. Ähm, ich habe da angefangen. Also Dora Parobana hat es, glaube ich, eins, ich glaube noch eine Art, oh, ich weiß gerade nicht. Da kann man draufklicken, dann sieht man Fotos, Haltungsprofil, was ich mitgebe, einmal in schriftlicher Form. Also wenn ihr die Seite nicht kennt, mal draufschauen, ist auch für den Spuckhorn, Frosch da, äh, Cranvelli, Ornata. Ähm, bei Schlangen ist da, glaube ich, auch ein Profil drauf. Es ist super aufwendig. Ich wollte das eigentlich mit Freunden mal weiterspielen, um weitere Arten. Und du hast natürlich völlig recht, also auf der Homepage, ne, wenn da steht, von mir gerade gepflegte Arten. Ich habe keine Psalmopäos mehr, ich habe keine Baumbewohner mehr. Ich werde das umtexten, werde sagen, die von mir bereits gepflegten Arten, dann fehlen da natürlich auch wirklich einige. Das muss ich mal ergänzen. Also, ja, shame on me, ähm, das ist ein bisschen hartformuliert, aber, äh, ich gehe da mal dran. Ich gehe da mal dran. Du hast recht. Danke für den Hinweis. Werde ich mir mal hier auf die To-Do-Liste packen. Heißt aber nicht, dass das in zwei Wochen korrigiert ist. Aber ich werde das ergänzen und dann werde ich das Thema nochmal aufleben lassen mit Fotos und, äh, so weiter zu einzelnen Arten und so, äh, berichten. Da muss ich mal gucken, ob ich noch Fotos habe und so. Wenn ihr da unterstützen wollt, lasst mir Fotos zukommen. Sehr gerne. Die bringe ich dann da mit ein. Ich kann euch da namentlich erwähnen. Dann landet ihr mit auf der Homepage. Aber da brauche ich erstmal Zeit für. Hirschlott schreibt, wie alt sind eigentlich deine ältesten Spinnen? Meine ältesten Spinnen sind eigentlich aktuell, sterben ja auch mal welche weg, ne, zwischendurch. Aber dürfte meine älteste, dürfte tatsächlich gerade die Lasadora Perraubana sein, von der ich gerade erzählt habe. Äh, der dicken Bertha. Ähm. Ja, das dürfte mittlerweile die älteste Spinne sein. Alle anderen sind schon tatsächlich, ähm, weggestorben. Kragan schreit. Meine Karibena hat beim Häuten mindestens ein Komplett verloren und alles ein ist irgendwie verklebt. Die ganze Haut hing dran und sie hat es kaum losbekommen. Mittlerweile geschafft. Aber die Gelizere machen mir Sorgen. Kann ich die irgendwo trotzdem durchbekommen? Hier bleibt mir tatsächlich nur spekulieren über. Und natürlich habe ich diese Frage vorweg mit reingenommen, weil ich sie auch einfach mal als Beispiel bringen möchte. Und das ist kein Vorwurf an dich, Kragan, sondern ganz im Gegenteil. Ja, ähm, ich möchte hier nochmal hervorheben, ähm, wenn jemand eine Schreibschwäche hat oder so, ist das überhaupt nicht schlimm? Nein, nein, nein. Um Gottes Willen, bitte nicht draufhauen. Ich brauche, wenn ich hier solche Fragen bekomme und manchmal, wenn hier sowas ist, antworte ich natürlich auch gerne dann in der 1 zu 1 Nachricht bei Instagram. Das heißt nicht, schreibt mir bitte nicht bei Instagram und 1 zu 1 Support nicht. Da gibt es auch ein Video zu, ne, was ist, wenn ich eine Frage habe. Klickt da rein, dann seht ihr warum, weshalb, wieso. Ähm, es ist natürlich wichtig, dass einmal die Art da steht. Bei Karibena ist das jetzt relativ einfach. Es wird vermutlich Versicolor sein, es könnte auch Laeta sein, okay, aber ich müsste jetzt hier spekulieren. Wenn es hier ein Häutungsfehler ist und es geht jetzt hier um ein Bein, ja, was irgendwie verdreht ist oder so. Das ist aus der Ferne, aus diesem Text hier heraus, wirklich schwer zu beurteilen. Deswegen, wenn ihr etwas habt mit einem Foto oder so, wenn es um sowas geht, ja, dann, äh, kommt am besten in die Tiny Venoms Community und, äh, da bin ich auch unterwegs, da sind aber auch viele andere unterwegs, äh, die mittlerweile Erfahrungen haben oder auch gerne unterstützen oder, ne, so ein paar Tipps geben oder so. Das ist überhaupt nicht verkehrt und echt, äh, eher sinnstiftend, ne. Hier fällt es mir jetzt schwer tatsächlich und ich bekomme sehr viele solche Anfragen, wo es mir tatsächlich schwerfällt, äh, nachzuvollziehen, worum es geht. Deswegen kann ich jetzt hier keine Unterstützung leisten, ne. Kein Vorwurf an dich, Dragan, auch für den Rest da draußen, ne. Das ist kein Vorwurf, aber wenn du das siehst, bitte melde dich nochmal und, ähm, schreib mir nochmal direkt, worum es geht und, oder poste am besten in der Tiny Venoms Community, wenn du die Möglichkeit hast. Ja, und dann kannst du mal, äh, berichten, was da auf jeden Fall los war. Wenn du nicht bei Facebook bist, dann nutze bitte das Kontaktformular, ähm, auf meiner Homepage und schreib mir darüber einmal, ich bin tatsächlich hier gewillt, dir gerne Unterstützung zu leisten, weil das hört sich echt sehr spooky an, ähm, aber wie gesagt, ich brauche da einfach viel, viel mehr Informationen. Manuel schreibt, wünsche dir viel Spaß im wohlverdienten Urlaub. Meine Frage an dich, es tauchen immer mehr Hobbyformen bzw. gezielte Verpaarung zweier Arten auf, besonders im US-Bereich. Wie stehst du dazu? Halte ich überhaupt nichts von. Egal, ob man jetzt über Reptilien spricht oder bei Spinnen, bei Reptilien ist das Thema tatsächlich etwas eher brisanter als bei den Spinnen, aber Hybriden zu züchten. Es gibt natürliche Hybriden, klar, ne, wenn wir von Reptilien oder auch Spinnen, ähm, sprechen, in Verbreitungsgebieten, ne, da ist eine Grenze für uns, ja, die steht ja irgendwo, aber für die Tiere gibt es das halt nicht. Und, äh, es gibt aber Fälle, und das wollte ich mal hier kurz ansprechen, das ist nämlich so sinnbildlich fürs Große und Ganze. Äh, man hat schon in den 90ern angefangen, ähm, meines Wissens nach in den USA, oder da ist das Thema erst mal so mit rübergekommen, dass man gezielt, ähm, Schlangen unterschiedlicher Arten, Gattungen teilweise, äh, unterschiedlicher Kontinente zusammengesetzt hat, verpaart hat. Warum ich das anspreche, ist ja egal, um welches Tier es jetzt geht, ne, ob das ein Schaf ist oder eine Ziege oder eine Spinne, eine Schlange, ein Krokodil, ähm, ist ja immer das Gleiche. Und mittlerweile hat sich in Deutschland, ähm, darüber hinaus im deutschsprachigen Raum, eine feste Gemeinschaft gebildet, die sich zur Aufgabe gemacht hat, Extreme zu züchten. Es gab früher schon den Bad Eater, das war so der Klassiker des, ähm, mir erstbekannten Hybriden, das war schon Ende der 90er, es gibt da in den USA Schlangen, das ist eine Mischung zwischen Netz und Tigerpython, also heute Python Bivitatus, also Netz- und Tigerpython, dann auch Python, beziehungsweise Malayo-Python-Reticulatus und Python-Bivitatus, ne, nicht, dass ich es jetzt einmal vertausche, und, ähm, die sogenannten Bad Eater, aber ich weiß auch, dass es hier im westlichen Raum, äh, in der deutschen Republik hier, tatsächlich auch, äh, Verpaarung, erfolgreiche Verpaarung, äh, gegeben hat, zwischen Morelia Spilota und Python Regius, ne, also das eine ist eine eher schlanke, äh, baumbewohnende Schlange, ne, ich würde die schon den Baumbewohnern zuschreiben, der Teppichpython aus Australien, ähm, wurde verpaart mit dem Python Regius, ja, dem Königspython aus Afrika, also zigtausende Kilometer dazwischen, und, äh, diese Verpaarung hat stattgefunden, war erfolgreich, die Tiere sind in Hamm über den Tisch gegangen, ähm, an einen Amerikaner, der sie nach wie vor veräußert, ähm, halte ich nichts von, finde ich ekelhaft. Man macht schon viel mit diesen ganzen Morphzuchten und so weiter und verpaart auch bei den Spinnen wirklich Ponzius und Spilatus bis hin, hast du nicht gesehen, ähm, nicht jedes Tier ist halt dafür gemacht, es gibt halt diese natürliche Selektion in der Terroristik, Aquaristik, in der privaten, äh, gewerblichen Zucht, äh, widersetzen wir uns dem, da, ähm, Männchen, ne, man hat hier gesehen, äh, Chromatopelma-Verpaarung bei mir, das Männchen einfach, äh, drüber gewesen, nicht zur Zucht geeignet, am Ende, ähm, war das die Feststellung und, äh, er wurde dann gefressen, gab es hier ein bisschen Aufriss und so, war es alles gut, verstehe ich, habe Verständnis dafür, aber so ein Tier in der freien Wildbahn wäre wahrscheinlich schon viel, viel früher überhaupt nicht in den Genuss gekommen, einem Weibchen unter die Augen zu kommen, sondern tatsächlich von irgendwem anderen überrannt, aufgefressen, getötet, kaputt getrampelt worden oder einfach so ums Leben gekommen aufgrund von Hochwasser, äh, weil er nicht ganz auf dem Dampfer war, ne? So, und, äh, von daher, Hybriden, also sowieso Zucht sollte mit ausgewählten Tieren stattfinden, Punkt A, Punkt B, ähm, da hier etwas zu erzwingen, was die Natur sich nicht gedacht hat, finde ich mehr als fahrlässig. Deswegen, nein. Einfach nur ein Nein zu diesem Thema, aus meiner Sicht. Das war schon die Ausgabe 20, ja, das heißt, wir sind bei über 200 Fragen oder bleiben wir einfach mal bei 200 Fragen, die ersten Folgen haben, wie gesagt, ein paar mehr Fragen gehabt, finde ich sehr, sehr krass, hätte ich nicht gedacht, dass so viel zustande kommen, ähm, freue ich mich drüber. Darüber hinaus gebe ich ein bisschen Gas, wir sind ein bisschen im Verzug, ich möchte ja, dass das Format live lebt und von daher wird es jetzt erstmal schnell ein paar Folgen geben, ähm, werden natürlich genauso intensiv und mit ganz viel Harmonie und, äh, Zuversicht beantwortet, so bestmöglich wie ich kann, ähm, meine zwei Cent hier in den Ring zu schmeißen und werden aber jetzt erstmal einige kommen, damit wir wieder live sind, ne? Das heißt, Fragen, wenn zehn Fragen zusammen sind, sollen die alsbald im nächsten Video auftauchen und nicht so tagelang dahin seiern. Dafür war das Format nicht gedacht. In diesem Sinne, das als kleine Vorschau für euch, ihr bleibt wie immer bitte gesund, gehabt euch wohl, bis zum nächsten Mal.